Hast du Schuhe gekauft? Ich habe ein paar Turnschuhe gekauft. Ich habe keine anderen Schuhe gekauft. Ich habe keine anderen Schuhe gekauft. Welches Spiel spielst du am häufigsten? Videospiele, insbesondere Abenteuerspiele. Videospiele, insbesondere Abenteuerspiele. Ich liebe Brettspiele, Monopoly ist mein Favorit. Ich liebe Brettspiele, Monopoly ist mein Favorit. Ist dein Onkel gekommen? Ist dein Onkel gekommen? Wir haben bis zum Abend auf deinen Onkel gewartet. Aber er kam endlich. Wir haben bis zum Abend auf deinen Onkel gewartet. Aber er kam endlich. Er kam am Morgen. Er kam am Morgen. Was ist deine Lieblingsbeschäftigung in der Schule? Was ist deine Lieblingsbeschäftigung in der Schule? Am liebsten mag ich Sporttage in der Schule. Am liebsten mag ich Sporttage in der Schule. In der Schule male ich am liebsten. In der Schule male ich am liebsten. Was möchtest du trinken? Was möchtest du trinken? Kann ich Wasser haben? Kann ich Wasser haben? Kann ich Tee haben? Kann ich Saft haben? Kann ich Saft haben? Kann ich Saft haben? Welche ist deine Lieblingsjahreszeit? Welche ist deine Lieblingsjahreszeit? Der Frühling ist meine Lieblingsjahreszeit. Der Frühling ist meine Lieblingsjahreszeit. Ich mag den Winter mehr. Ich mag den Winter mehr. Was macht Michael gerade? Was macht Michael gerade? Er spielt gerade ein Match. Er spielt gerade ein Match. Er geht zum Schwimmunterricht. Er geht zum Schwimmunterricht. Welche Art von Musik hörst du? Welche Art von Musik hörst du? Rockmusik ist mein Favorit. Rockmusik ist mein Favorit. Normalerweise höre ich Popmusik. Normalerweise höre ich Popmusik. Kennen Sie die Personen, die an diesem Treffen teilnehmen werden? Nein, ich kenne niemanden. Nein, ich kenne niemanden. Ja, ich kenne sie alle. Ja, ich kenne sie alle. Wie lange bist du schon mit Michael befreundet? Wie lange bist du schon mit Michael befreundet? Wir haben uns vor fünf Jahren kennengelernt. Wir haben uns vor fünf Jahren kennengelernt. Wir haben uns erst gestern kennengelernt. Wir haben uns erst gestern kennengelernt. Was ist hier ihr Lieblingsdessert? Was ist hier ihr Lieblingsdessert? Ich liebe Käsekuchen absolut. Ich liebe Käsekuchen absolut. Schokoladen-Muffin ist mein Favorit. Ich bevorzuge ihn immer. Schokoladen-Muffin ist mein Favorit. Ich bevorzuge ihn immer. Was hast du gemacht, als dein Vater kam? Was hast du gemacht, als dein Vater kam? Ich studierte, als mein Vater kam. Ich studierte, als mein Vater kam. Ich habe geschlafen, als mein Vater kam. Ich habe geschlafen, als mein Vater kam. Ich habe geschlafen, als mein Vater kam. Wie ist das Wetter? Das Wetter ist sehr heiß. Das Wetter ist sehr heiß. Kaltes Wetter Kaltes Wetter Das Wetter ist regnerisch. Das Wetter ist regnerisch. Es ist windig. Es ist windig. Welche Arten von Videospielen spielst du? Welche Arten von Videospielen spielst du? Ich bevorzuge Action- und Abenteuerspiele. Strategiespiele sind mein Favorit. Was haben sie auf dem Markt gekauft? Was haben sie auf dem Markt gekauft? Ich habe nicht viel gekauft. Ich habe nicht viel gekauft. Ich habe gerade Frühstück gekauft. Ich habe gerade Frühstück gekauft. Gibt es vegane Optionen auf der Speisekarte? Gibt es vegane Optionen auf der Speisekarte? Ja, es gibt vegane Optionen. Ja, es gibt vegane Optionen. Nur fleischbasierte Optionen. Nur fleischbasierte Optionen. Welches ist ihr Lieblingsbuch? Welches ist ihr Lieblingsbuch? Die magische Welt der Harry Potter Reihe ist sehr beeindruckend. Die magische Welt der Harry Potter Reihe ist sehr beeindruckend. Ich liebe Percy Jackson, weil es um Mythologie geht. Ich liebe Percy Jackson, weil es um Mythologie geht. Müssen sie diesen Job machen? Müssen sie diesen Job machen? Dieses Thema ist Teil meines Jobs. Ich habe nicht vor, es zu tun. Wann kommt mein Physiotherapeut? Wann kommt mein Physiotherapeut? Sie haben heute Nachmittag einen Termin. Ihr Physiotherapeut kommt morgens. Ihr Physiotherapeut kommt morgens. Was sind die Mittagsangebote? Was sind die Mittagsangebote? Wir haben spezielle Menüs, die täglich wechseln. Wir haben spezielle Menüs, die täglich wechseln. Wir bieten feste Mittagsoptionen an. Wir bieten feste Mittagsoptionen an. Wirst du ins Fitnessstudio gehen? Wirst du ins Fitnessstudio gehen? Ich werde heute nicht gehen. Ich werde heute nicht gehen. Ich werde morgen Abend gehen. Ich werde morgen Abend gehen. Was sind die Pacific Rims? Was sind die Pacific Rims? Pazifische Ringe beziehen sich auf die Regionen mit Erdbeben und vulkanischer Aktivität rund um den Pazifischen Ozean. Pazifische Ringe beziehen sich auf die Regionen mit Erdbeben und vulkanischer Aktivität rund um den Pazifischen Ozean. Die Pacific Ringe umfassen die Erdbebenzone und die vulkanische Aktivität rund um die Pazifische Platte. Die Pacific Ringe umfassen die Erdbebenzone und die vulkanische Aktivität rund um die Pazifische Platte. Was sind deine Pläne für das Wochenende? Was sind deine Pläne für das Wochenende? Ich gehe mit meinen Freunden aus. Ich ruhe mich zu Hause aus und lese ein Buch. Ich ruhe mich zu Hause aus und lese ein Buch. Was ist dein Lieblingsfach? Was ist dein Lieblingsfach? Lieblingsfach ist Mathematik. Lieblingsfach ist Mathematik. Mein Lieblingsfach ist Wissenschaft. Mein Lieblingsfach ist Wissenschaft. Was machst du heute? Was machst du heute? Ich werde heute Urlaub haben. Heute gehe ich einfach ins Bett. Heute gehe ich einfach ins Bett. Ich bin ein wenig krank, ich werde mich ausruhen. Ich bin ein wenig krank, ich werde mich ausruhen. Was hast du gemacht, als mein Vater kam? Was hast du gemacht, als mein Vater kam? Ich habe Fußball gespielt. Ich habe Fußball gespielt. Ich studierte. Ich studierte. Wie viele Dollar haben sie in ihrer Tasche? Wie viele Dollar haben sie in ihrer Tasche? Ich habe keine Dollars mehr. Ich habe 10 Dollar und werde 10 Lira kaufen. Was ist dein Lieblingsobst? Was ist dein Lieblingsobst? Ich liebe Apfel sehr. Ich liebe Apfel sehr. Ich liebe Erdbeeren sehr. Ich liebe Erdbeeren sehr. Freust du dich mich zu sehen? Ja, ich bin sehr glücklich. Ja, ich wünschte, du wärst früher gekommen. Ja, ich wünschte, du wärst früher gekommen. Was ist dein Lieblingsobst? Was ist dein Lieblingsobst? Erdbeeren sind so süß und lecker. Erdbeeren sind so süß und lecker. Banane gibt mir Energie und ich liebe sie. Wurde unser Termin mit dem Kunden bestätigt? Wurde unser Termin mit dem Kunden bestätigt? Ja, ich habe gesprochen und wir haben den genauen Zeitpunkt für diese Angelegenheit festgelegt. Ja, ich habe gesprochen und wir haben den genauen Zeitpunkt für diese Angelegenheit festgelegt. Wie bevorzugen sie ihren Kaffee, fügen sie Milch und Zucker hinzu? Wie bevorzugen sie ihren Kaffee, fügen sie Milch und Zucker hinzu? Klar, ich fügen nichts hinzu. Klar, ich fügen nichts hinzu. Ich bevorzuge etwas Milch und etwas Zucker. Ich bevorzuge etwas Milch und etwas Zucker. Wie sind die Besuchszeiten? Wie sind die Besuchszeiten? Die Besuchszeiten liegen zwischen 14 Uhr und 16 Uhr. Wir nehmen Besucher bis 19 Uhr abends entgegen. Warum bist du erst heute gekommen? Ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich kam, als ich es lernte. Ich kam, als ich es lernte. Welche Stadt möchten sie besuchen? Tokio, die japanische Kultur zieht mich an. Tokio, die japanische Kultur zieht mich an. New York, ich bin neugierig auf die Großstadtatmosphäre. New York, ich bin neugierig auf die Großstadtatmosphäre. Welche Art von Musik hörst du normalerweise, wenn du in einem Café arbeitest? Welche Art von Musik hörst du normalerweise, wenn du in einem Café arbeitest? Normalerweise bevorzuge ich bei intensiver Arbeit Instrumentalmusik. Normalerweise bevorzuge ich bei intensiver Arbeit Instrumentalmusik. Eine leichte Popmusik-Playlist gibt mir Energie. Eine leichte Popmusik-Playlist gibt mir Energie. Welche Kaffeemarke empfehlen sie? Welche Kaffeemarke empfehlen sie? Kaffees der Marke Y sind von wirklich hoher Qualität. Kaffees der Marke Y sind von wirklich hoher Qualität. Normalerweise bevorzuge ich lokale Cafés. Wo liegt der Marianengraben? Wo liegt der Marianengraben? Der Marianengraben ist der tiefste Punkt im Pazifischen Ozean. Der Marianengraben ist der tiefste Punkt im Pazifischen Ozean. Der Marianengraben ist ein Meeresgraben zwischen den Philippinen und den Marianen. Der Marianengraben ist ein Meeresgraben zwischen den Philippinen und den Marianen. Welchen Film hast du gestern Abend gesehen? Ich habe einen Zeichentrickfilm gesehen. Ich habe einen Zeichentrickfilm gesehen. Ich habe Matrix 3 gesehen. Wo war ihr letzter Urlaub? Wo war ihr letzter Urlaub? Ich bin durch Südostasien gereist. Ich bin durch Südostasien gereist. Ich war für einen Skiurlaub in den Alpen. Ich war für einen Skiurlaub in den Alpen. Welche Gerichte bevorzugen sie? Pasta und Pizza gehören zu meinen Lieblingsspeisen. Pasta und Pizza gehören zu meinen Lieblingsspeisen. Ich bevorzuge Gemüsegerichte. Ich bevorzuge Gemüsegerichte. In welcher Klasse bist du? In welcher Klasse bist du? Ich bin in der fünften Klasse. Ich bin in der fünften Klasse. Ich bin derzeit in der dritten Klasse. Ich bin derzeit in der dritten Klasse. Wie viele Personen werden an diesem Treffen teilnehmen? 20 Personen werden teilnehmen. Es werden nur du und ich sein. Es werden nur du und ich sein. Was ist das Problem? Was ist das Problem? Ich habe meinen Flug verpasst. Ich habe meinen Flug verpasst. Ich habe mein Geld verloren. Ich habe mein Geld verloren. Haben Sie den Unfall auf der Straße gesehen? Haben Sie den Unfall auf der Straße gesehen? Bei dem Unfall kollidierten drei Autos. Bei dem Unfall kollidierten drei Autos. Nein, das habe ich nicht gesehen. Nein, das habe ich nicht gesehen. Was müssen Sie tun, um die Prüfung zu bestehen? Was müssen Sie tun, um die Prüfung zu bestehen? Ich muss mehr arbeiten. Ich muss mehr arbeiten. Ich glaube schon jetzt daran, dass ich Erfolg haben werde. Ich glaube schon jetzt daran, dass ich Erfolg haben werde. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Ja, ich habe alle meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe meine Hausaufgaben noch nicht erledigt. Ich habe meine Hausaufgaben noch nicht erledigt. Welches Buch liest du gerade? Welches Buch liest du gerade? Ich lese das neue Buch von Autor X. Ich lese gerade einen Kriminalroman, der ist ziemlich interessant. Ich lese gerade einen Kriminalroman, der ist ziemlich interessant. Kommst du auch? Kommst du auch? Ja, ich werde kommen. Ja, ich werde kommen. Ich werde kommen, und mein Bruder wird auch kommen. Ich werde kommen, und mein Bruder wird auch kommen. Sollen wir zusammen Kaffee trinken? Sollen wir zusammen Kaffee trinken? Ja, wann sollen wir gehen? Ja, wann sollen wir gehen? Tut mir leid, ich habe heute keine Zeit. Tut mir leid, ich habe heute keine Zeit. Wenn du willst, lass uns morgen trinken. 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 Wenn du willst, lass uns morgen trinken.